Sie sind hier 18. Oktober 2018, 14.35 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern. Dimitra Rangelov ist ein alter Bekannter im Cottbus Urheberrecht. Getty Images Energie Cottbus präsentiert einen alten Bekannten. Dimitra Rangelov kehrt in die Lausitz zurück. Der Bulgare stand bereits zweimal in Cottbus unter Vertrag. Drittligis Energie Cottbus vermeldet einen prominenten Rückkehrer. Dimitra Rangelov erhielt bei den Lausitzern einen Vertrag bis Saisonende. Der 35-Jährige hatte bereits von 2007 bis 2009 und in der Spielzeit 2011-2012 einer DK-Sekunde-Trikot der Cottbus hergetragen. Wir glauben, dass er uns im Kampf um den Klassenerhalt helfen kann und freuen uns sehr, dass er schlussendlich unser Angebot angenommen und sich zum dritten Mal für den FC Energie entschieden hat, sagt der Energietrainer Klaus-Dieter Wollitz. Bis zum Sommer stand der 40-malige Nationalspieler Bulgariens beim türkischen Zweitligisten Konya Aspor unter Vertrag. Von Sportinformationsdienst